Wir nehmen heute das Fort Arabesque Resort im Makadi Bay unter die Lupe und stellen es euch vor. Alle Informationen sowie aktuelle Angebote zum Hotel findet ihr wie immer über den Link in der Videobeschreibung. Das Hotel befindet sich an der Makadi Bay ca. 30 Minuten von Hogada entfernt und bietet vor allem Schnorchelfreunden und Tauchern eine wundervolle Unterwasserwelt direkt vor dem Hotelstrand. Die Region Hogada lockt darüber hinaus mit vielen Kulturangeboten, Quad-Safaris ins Hinterland oder Ausflüge zu berühmten Tauchspots. Einige Reiseveranstalter bieten zudem Ausflüge zu den Pyramiden von Gizeh oder dem Totentempel an. Die beste Reisezeit liegt zwischen März bis November. Das 4-Sterne-Hotel Fort Arabesque Resort Spa in Villas liegt mit seinem Schwesterhotel The West Bay auf einem knapp 150 Hektar großen Gelände. Das Hauptgebäude umschließt den Poolbereich und den gepflegten Garten mit Blick auf den hotelleigenen Strandabschnitt, während die Villen hingegen zur Landseite hinliegen. Das schöne Hausriff vor dem Sandstrand lädt zum Schnorcheln und Schwimmen ein und bietet eine Vielfalt von Tierarten. Das Hotel bietet neben den Villen mit einem eigenen Pool Standard- und Familienzimmer mit Blick auf den Garten oder das Meer an. Alle Zimmer sind bequem und geschmackvoll eingerichtet und verfügen über ein King-Size-Bett oder zwei Einzelbetten, sowie einen eigenen Balkon oder eine Terrasse mit mindestens seitlichem Meerblick. Die Familienzimmer für bis zu vier Personen befinden sich alle im Erdgeschoss und bieten ein geräumiges Schlafzimmer mit herrlichem Gartenblick von der Terrasse. Das Resort bietet sechs Restaurants mit einer großen Auswahl an Speisen für jeden Geschmack. Die Restaurants verfügen sowohl über klimatisierte Innenbereiche als auch verschattete Außentarsen. An sieben Bars werden kühle und warme Getränke in einer entspannten Atmosphäre serviert. Ein vielfältiges Angebot an Aktivitäten sorgt für die Unterhaltung während des Aufenthalts. Das Animationsteam bringt zudem mit Spielen und abendlichen Shows gute Laune unter die Gäste. Der Wellnessbereich lockt mit seinem Spa- und Gymbereichen Entspannungssuchende und Sportjunkies an. Für Kinder wird täglich ein abwechslungsreiches Programm angeboten mit Spielen, Projekten und am Abend natürlich mit einer Menü-Disco. 94% Weiterempfehlung und 5,5 von 6 Sternen erhält das Hotel bei 4000 abgegebenen Bewertungen. Wir hoffen euch hat das Video gefallen und würden uns freuen euch auch beim nächsten Video wieder begrüßen zu dürfen. Hier haben wir noch weitere Videos herausgesucht die euch interessieren könnten. Wir sehen uns dann beim nächsten Video wieder und wünschen euch viel Spaß bei eurem nächsten Urlaub. Bis dahin sonnige Grüße und ciao ciao!